Hallo, schön euch zu sehen, leider nur auf diese Art, aber ich bin überzeugt davon, in absehbarer Zeit werden wir uns wieder ganz unbeschwert in unseren heißgeliebten Sportstätten unbeschwert umarmen können und von unserem normalen Lebensalltag wiederhangen. Ich wünsche euch für dieses Jahr Gesundheit, Gesundheit und nochmals Gesundheit. Und deswegen sind wir jetzt auch gemeinsam hier auf diesem Sender. Bevor wir mit unserem Training beginnen, will ich euch unbedingt mal die Erfahrung mit dem kleinsten Sportgerät der Welt, oder besser gesagt, was ich hier kennenlernen konnte, vertraut machen. Ich bin sogar der Überzeugung, dass es ein ganzes Fitnessstudio ersetzt. Es sind diese kleinen Rubberbände, die es in verschiedenen Stärken zu kaufen gibt, angemessen an eure Fitness, in jedem Reformhaus oder per Internet. Da ich überzeugte davon bin, dass einige von euch jetzt bedauerlicherweise die nicht zur Hand haben, zeige ich euch zwei Ersatzalternativen. Das sind diese Terra-Bände, die ihr entsprechend mit einem lockeren Doppelknoten kürzen könnt. Durchmesser etwa 30 cm. Und wenn ihr die auch nicht zur Hand habt, in jedem Damenhaushalt gibt es garantiert eine Damenstrumpfhose, die sie etwas stärkeren zur Kordi gedreht, mit einem Doppelknoten geschlossen. Eigentlich wunderbar für meine Übung heute. Und das Schönste daran ist, ihr könnt sie hinterher noch tragen. Wenn wir jetzt mit unserem Training beginnen, erkläre ich euch mal ganz kurz den Ablauf. Das heißt, Erwärmung steht an erster Stelle. In Form von Aerobik mache ich wahnsinnig gern. Es sind ein paar Schrittkombinationen dabei und dienen zur Koordinierung, zur Kondition, zur Mehrheitsfähigkeit, Reaktionsschnelligkeit. Also ein bisschen Runjogging oder reichlich Runjogging ist da gefragt. Ich hoffe, ihr habt entsprechendes Rhythmusgefühl und schon legen wir erstmal los. Den Sauf dazu. Ja, Atmen ein und aus. Tief ein. Und das ist alles ohne Maske, so ganz unbeschwert. Einmal noch hoch. Und das Ganze noch vorn, aber weit, 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 weit. Brust raus und aus. Zweimal noch. Ein letztes Mal. Und aufgepasst. Wir marschieren auf der Stelle im Rücken, süd, rechts. Schönen Tag, zwei, weiter, vier. Schön ganz. Und gleich. Links. Und wir klatschen. Vier noch. Ganze im Wechsel auf vier, vier. Drei, zwei, eins. Vier. Drei, zwei. Das Ganze auf zwei. Klatschen. Wiederholen. Zweimal noch. Und auf vier Stelle marschieren. Ich zeige euch jetzt den sechsten Schritt. Den Schöp-Schal. Reiß, links, rechts. Links, links, links. Reiß, links, rechts. Und das im Tempo. Rechts, links, rechts. Links, rechts, links. Das Ganze nach vorn. Vier Schritte mit rechts nach hinten zurück. Aus, auf, zu. Cha-cha. 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 Ein, zwei, drei. Fünf, sechs, sieben, acht. Gleich noch einmal. Zweimal bis acht zählen. Letztes Mal. Und schon klappt das doch prima, oder? Ein, zwei, drei. Super. Das waren die ersten zwei Kombinationen. Habt ihr noch toll hingekriegt. Achtung. Rechts nach außen. Dreimal klatschen. Wie zählen wir? Ein, zwei, drei und vier. Sieben, acht. Das Ganze in eine Vierteldrehung zu mir. Nach vorn. Reiß. Sechs. Und im Wechsel. Außen. Reiß nach vorn. Links. Super. Siehst du schon fast alles? Wie die kleine Choregrafie, beherrschte, wo du mich ganz nett überzeigst. Halt es von vorn. Und. Cha-cha. 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 Ein, zwei, drei. Den ersten Schritt wiederholen wir. Weimar. Ein, zwei, drei. Auf, auf, zu. Grätsche. Links. Rechts nach vorn. Gleich von vorn. Cha-cha. 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 Eins, zwei, drei. Fünf, sechs. Wiederholen. Eins, zwei. Grätschen. Eins, zwei, drei. Links. Super. Super. Auf der Stelle marschieren. Den letzten Schritt. Rechts nach vorn. Links nachstellen. Rücken. Rücken muss. Die Schultern mitnehmen. Bisschen Zumas mit dabei. Schön lockerer. Zwei noch. Das Ganze mit links. Zwei noch rechts. Je nach Schwungmasse. Zwei noch links. Das war schon alles. Wir fangen von vorne. Cha-cha. 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 Ein, zwei, drei. Auf, auf. Wiederholen. Cha-cha. 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 Ein, zwei, drei. Wir gehen in die Grätsche. Cha-cha. Outen. Waffen. Vor. Und was? Weihnachts. Das klappt doch schon super, oder? Wie geht es euch jetzt? Fünf, fünf. Fünf, sechs, sieben, acht. Wir werden alle Lebensgeister wacht. Fünf, sechs, sieben, acht. Und rechts nach außen. Einmal klatschen. Links nach außen. Vor. Vor. Lumber. Rechts. Einmal links. Kennt ihr noch? Ne? Aber ich. Cha-cha. 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 Eins, zwei, drei. Vier. Oho, la-li. Cha-cha. Links. Rechts. Links. Vier Schritte zurück. Wir gehen wieder in die Grätsche. Links. Vorwärts. Und die letzte Kombination. Schön locker lassen. Einmal noch. Vorwärts. Vorwärts. Tief. Beine. Vorwärts. Vorwärts. Und links. Auf der Stelle. Gibt noch mal ein bisschen Notstärke. Und nächstes Mal. Cha-cha. 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 Kiech. Noch. Achtung. Sechs. Wenn euch das jetzt genauso geht wie mir, dann habt ihr den Punkt erreicht, wo ihr ein bisschen süchtig geworden seid. Ich hoffe, das ist mir gelungen. Und ihr macht es natürlich so lange, bis ihr keine Lust oder keine Zeit mehr habt. Bis zum Wiedersehen wird es noch eine Weile dauern. Aber warm genug sind wir jetzt für unseren sehr hochinteressanten Muskelaufbau. Beine. Dicken Bodenmuskulatur. Arme. Schultern. Brust. Bis gleich. Danke, dass ihr mitgemacht habt. Bis zum nächsten Mal.